Die Rennen hier in St. Moritz für die Schweiz ist perfekt, der BH zweimal das Oberste vom Podest. Für eine Hauptprobe für die WM nächstes Jahr, was möchte man mehr? Das ist ein riesen Ansporn für uns Athleten und sicher auch für die ganze Schweiz, dass wir vorne mitfahren können und wir uns gegenseitig jetzt messen können mit dem BH sicher auch über den Sommer. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Ich bin zweimal das Oberste vom Podest. Perfekte Werbung für die WM nächstes Jahr. Wenn du bellst aber noch? Ja gut, ich habe schon lange meine Saison abgeschlossen. Von daher ist das okay so und ich hoffe ich bin nächstes Jahr wieder fit. Es ist immer gut, wenn man ein starkes Team hat. Man kann sich gegenseitig pushen, man kann sich gegenseitig messen. Es ist immer besser, du hast jemanden vorne dran als du hast keine Orientierung. Und jetzt weiss man schon, dass man so in einem Sommertraining dann gut kann sich vergleichen mit dem BH. Und das ist schön. Ich glaube auch für das ganze Team tut das gut. Das ist schön, wenn ich Sie creepisch gehen muss. Untertitelung des ZDF, 2020